Aloha und Eko Mai. Herzlich Willkommen zum neuen Fortnite Shop heute am Freitag den 29. Juli und wie geleakt ist ja heute John Cena im Shop. Gucken wir uns hier einmal noch das neue Outfit an. Da gibt es ein Video zu. Gucken wir uns auch mal schnell an. Da haben wir das neue Bundle von John Cena. Hier haben wir den Skin und dann hat er eine weiteren Stil mit Sixpack. Dazu gibt es dann den Champions Titel. Fünf Fingerklatsche und das Emote für 2000. Okay. Hier nochmal als Einzelnen und dann machen wir mit dem Vorgestellten. Da haben wir Fastball zurück. Nach 81 Tagen wieder am Start. Dann gibt es den Schlagmann. Auch nach 81 Tagen zurück mit dem durchschlagenden Erfolg. Dazu gibt es den Gleiter Homerun. Homerun. Toxischer Sprayer. Der ist zurück nach 33 Tagen. Hier mit Backblink. Dann haben wir ein Alleenaxt. Auch nach 33 Tagen. Dann gehen wir in die nächste Zeile. Da haben wir dann Nachtlicht. Nach 41 Tagen zurück. Bis. Mit Backblink ist nach 42 Tagen zurück. Dann haben wir kleine Schritte. 77 Tage. Taxi 90 Tage. Radienter Sieg nach 87 Tagen. Sehen her nach 54 Tagen. Dann haben wir hier immer noch das Street Fighter Paket, was gestern schon reingekommen ist wieder. Lebron James ist noch dabei. Und die ganzen Sommerlieblinge. Die ist jetzt das Oberkuschelig, die gestern reingekommen ist neu. Ist jetzt auch bei den Sommerlieblingen mit einsortiert. Dann würde ich sagen, war es das schon mit dem Shop? Ah, das neue Crew Paket. Das gucken wir uns natürlich dann auch noch an. Wolverine Zero. Okay. Habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist irgendwie Backblink. Das Schwert dazu. Meine Maus ist weg. Hallo. Hallo. Muss meine Maus hin? Da ist meine Maus. Und noch ein Ladebildschirm. Okay. Wolverine Zero. Also das neue Crew Paket. Alles klar. Das war es dann mit dem Shop für heute. Mahalo bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Sam. Das war es dann mit dem Shop.